Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Copyright Untertitelung. BR 2018 Das ist ein schöner Kühldorf, wochenende, da haben wir es gehofft, dass wir nicht eine halbe Stunde lang länger fahren müssen und die Leip und die Wegfahrt haben. Ich bin dann ausgestanden, damit ich den Boden verabschiede und in den Sachsen-Bärzimmer umfahre. Und er hat teilweise, ab 8 bin ich dann hoch und er sagt, nein, das habe ich dann gar nicht zu tun geforscht. Und ich sage, wer soll ich hacken? Wer soll ich hacken? Die schwarze Hosen, wo kann ich wohnen, weil du wärst im Schilderzimmer. Ja. Ja. Ja, aber... Ja, das ist ja wohl, das ist ein Tier. Ich möchte mal was, das ist ein Schilderzimmer. Ja, ja, ja. Ich hab das eigentlich geklappt. Aber wir gehen jetzt weg, ob die Türchen nicht wecken. Ich bin betrogen, ich verstehe, wenn der Liedler aufhört, dann sehen sie, dass der Liedler nach vorne. Aber die sind langsam nicht aufsteigend. Ja. 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 Und das ist auch nicht scheiße, nicht? Hm? 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 Ja. Damit ist es finanziell und die Türchen wie zogen, warst du so weiter? Hm? Hm? moto- ASS aus Recher Lund Compare Von allen Of Recher Lund Hm.... AME »Tit to Ven Tino« Un z Zeit von der Tmbл Es geht um die Karte zu übernehmen, um die Karte zu übernehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.